ok gino mach mal jetzt hier alarm was ist der beste district gegen dich was wie der beste district gegen mich ja leute ich bin doch king mit der beste district gegen mich ist glaube ich auch von dem von dem impact den er hatte glaube ich fanpost 1 aber da muss man da muss man folgen das sagen guck mal district machen halt auch immer man muss ja auch jeden district so betrachten oder jeden künstler mit dem man bief hat muss man immer so betrachten in welcher position ist gerade der gegner so und bei fanpost war das zum ersten mal so dass der kollega in der underdog haltung war in der underdog position und ich war ja der flair der star das heißt wenn du so kommst bist du sowieso immer besser bedient das heißt wenn dann der 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 typ der oben ist dann auch noch verbissen ist und schlimm reagiert und aggressiv reagiert was bei mir auf jeden fall dings hat da auf jeden fall gang und gäbe war dann hat man noch bessere karten als underdog das heißt ich habe damals eigentlich nur eine antwort darauf gemacht schrei nach liebe und habe das so ein bisschen so lustig verpackt aber trotzdem ist es ja dann auch schwer in kombination ein district zu machen und den lustig zu verpacken das ist dann auch so dann hätte dann mach lieber einen harten district und reagiere halt in der öffentlichkeit mit deiner art lustig dazu kommt auch noch dass so ein neues neues zeitalter begonnen hat ja das vorher gab es gangster rap dann gab es weiß nicht was dann gab es vorher gab es streber rap dann gab es backpack rap kollega und farid bang haben ein neues zeitalter eingeleitet youtube rap ja das heißt die die lines die die gerappt haben waren jetzt nicht nur haben sich jetzt nicht besonders toll angehört in dem sinne also für leute wie mich das war nicht ästhetisch das war oft auch nicht gut im takt aber wenn du so eine line ab tippst und die dann in der kommentarleiste bei youtube passt dann lesen leute das befassen sich damit und finden es voll krass und dann geht da halt voll dieses 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 das könnte ich nicht ich bin ich hasse das aber ist egal das ist das auch wieder ein deutsches thema gewesen und die haben es die haben halt den nagel auf den kopf getroffen dicker die haben es die haben damit sich ihren markt eröffnet dazu dann diese video blogs die auch noch so auf comedy mäßig waren und so und die haben halt komplett auf dem schlachtfeld auf dem wir sind haben die halt komplett alles bedient und wir haben das nicht bedient wir haben mucke gemacht wir wollten dass die live funktionieren wir haben mucke gemacht dass sie bei mtv funktionieren die haben angefangen youtube rap zu machen so und das sind viele punkte wo ich dann halt lange überlegt habe ich so ey wie kannst du die sache umdrehen alter wie kannst du denen wie kannst du denen richtig krass die welt schwer machen weil über musik wirst du es nicht schaffen weil du machst musik für ein bounce für ein vibe im autofahren hin und her wenn dann zwölfjähriger alter die lines hört und von denen irgendwelche acht 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 silbigen sechs fach reime auseinander flügelt dann wird der immer sagen oh ja es ist ja viel krasser viel besser so das heißt ich habe das eine lange zeit halt irgendwie bedient habe auch gemerkt okay mit agro berlin geht sowieso bergab und hin und her und habe dann einfach auch eine lange zeit das spiel mitgespielt weil die mich gepusht haben irgendwann am anfang habe ich die gepusht aber irgendwann haben die mich gepusht so und dann dachte ich mir okay jetzt sind wir aber mal hier am showdown wir müssen mal das ding irgendwie auf die spitze treiben wir müssen mal jetzt hier wirklich richtig krass kollega meinen reindrücken dann habe ich einfach angefangen mit diesem real talk interview weil ich wusste kollega geht nicht vor die kamera ich wusste kollega ist immer im geheimen ist er jetzt zuhälter nicht bla 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 er wird niemals vor die kamera gehen können und da mies talken können so wie ich so und dann habe ich gesagt alles klar machen wir mal ein neues schlachtfeld auf und ich will mal sehen dass er am nächsten tag wenn ich ein interview mache auch irgendwo hingeht und interview schnell gemacht dicker so ein fanpost song da braucht er eine weile und ich wusste auch dass er sich irgendwann an mir ausbeißen wird weil er einfach in dem augenblick nicht realisiert dass ich ein komplett neues spiel aufgemacht habe das ist immer der trick ich habe nicht bei ihm realisiert dass er ein spiel aufgemacht hat mit youtube rap und er hat dann immer nicht mehr realisiert dass ich ein neues dass es ein neues szenario ist und du musst auf diesem szenario mithalten weil ich kann einfach viel schnell ich mache fünf interviews in der woche wenn du mir dieses track raushaust ich nehme den dis track hör mir den an und dann mache ich dich einfach mit talks platt weil auf musik auf musikebene geht es nicht weil die art die von die art von rap die ihr macht die machen wir nicht und die können wir nicht gut und die wollen wir auch nicht aber deine art von rap die kollega art art und weise die war einfach beliebter in dem augenblick gerade was auch battle angeht wenn es darum geht welcher song läuft jetzt im club war seine musik auf keinen fall beliebter das wäre ein angelschlachtfeld gewesen so und das war halt der punkt wo wo ich dann gemerkt habe okay die nummer zieht und dann hat er sich immer die zähne daran ausgebissen hat halt fanpost 2 gemacht und fanpost 2 ist ja mies nach hinten losgegangen im vergleich zu dem was der da probiert hat und auf deutschland betrachtet wer hat den besten des track in deutschland gemacht sowas urteil okay den packen wir mal weg denn der andere was habe ich euch ja immer deswegen lassen wir die mal weg danach besten district was war denn noch leute macht meine districts rein hier ins internet hier in den chat besten tracks im netz was ich hab fanposten damals ich hab fanpost lange nicht gehört also ich hab ich hab ich hab fanpost dann irgendwann später mal gehört ich fand den ehrlich gesagt nicht krass real talk jetzt ich fand den nicht krass war nicht krass delivered weil ich hab die hälfte nicht verstanden so ich fand den nicht krass bushidos disk gegen k war gut der war gut geschrieben haben auch viele leute mit dran und dann rumgeschrieben ich finde no name halt krass mein song gegen bushido sehr sehr gut weil es halt ein song ist der kann überall laufen den kannst du live spielen okay die andere des songs kannst du auch live spielen aber der hat so diese new school club atmosphäre der das von der silo das gegen bushido kennst du den ja ich fand ich mega ja ganz gut war 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 nicht zu hart sondern war einfach ehrlich dicker ja aber urteil ist unbesiegbar so gibt es denn für dich ein rapper in deutschland der früher gerappt hat heute nicht mehr rap und du sagst alter der war der der ist der krasseste gewesen im matic im matic ja wollen wir uns gleich mal dann mal bitte an im hintergrund können wir im hintergrund laufen lassen ist der beste track ist der einer der besten deutschland tracks jemals gino ist der man ok leute check das ab warte freunde der sonne im matic coolste warsch wir rappen bevor ich rappe bitch mein pho bringt die straße zum brennen ich brauch nicht mal deinen namen zu nennen der king ist back king of rap spuckt witze homie du kannst nichts aber deine neue freundin schluckt spitze kostet der tief koffer mit kies ich werde ein obi nice ich schaffe rap name wie obi twice ihr seid ugly und suck huuuh wir heißen euch alle herzlich willkommen komm 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 SENSATIONAL direkt wie bei mir sag ich liebe Freunde der sonne bester rapper jemals coolste warsch bester rapper jemals über krass elmatic über krass wer ist denn für dich die ähm in Deutschland die beste Rapperin außer Rose? Nach Rose natürlich. Ehrlich. Ich würde schon sagen, am meisten reingehangen bis jetzt hat sie schon Shirin David. Weil die macht schon das beste Komplettpaket bis jetzt. Auch auf lange Sicht. Ja. Katja switcht dann so ein bisschen, macht dann wieder so diese poppige Nummer. Aber ich glaube, Shirin will schon zeigen, dass sie Dings, Alter. Dass sie Rapperin ist. Gibt es einen Track, wo du sagst, Alter, der ist krass von ihr? Nee, weil ich mir das nicht mehr anhöre seit einem Jahr oder seit wie lange? Anderthalb Jahren? Ich höre mir das nicht mehr an. Okay. Ich klicke da mal mit auf TikTok, was sie macht oder so. Juju ist für mich richtiger Göran-Rap, so richtiger Blödsinn, so eklige Sachen sagen und so abgefuckt sein und so ist für mich voll der Blödsinn. Was sagst du, Loredana heißt die, Loredana? Weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Aktuelle Situation mit Streaming-Playlisten. Kommt bald endlich der Turnaround. Fragt Asit Ninja. Digger, Alter. Ich bin da, bin da ehrlich gesagt, bin ich nicht so optimistisch, Alter. Die ziehen ihr Ding durch und dann muss es, glaube ich, über Jahre erst mal wieder einen Einbruch geben, dass die merken, dass deren Streaming-Plattform, dass dieses ganze Konzept nicht aufgeht. Das ist halt krank. Heißester Act in Amerika zur Zeit? Ist doch immer noch Drake, oder? Ja. Ja. Wann kommt Flair-Bettwäsche? Dicker, Alter. Ganz andere Sorgen. Ilias Bang sagt, wie findest du die Idee mit Karpi und dem Farid-Ukarpi-Projekt? Ist doch geil. Wie du gestern gesagt hast, der Titelname ist schon krass, Dicker, vom Album. Deutscher Brand Neu? Ja. Ist geil. Oh, das ist eine geile Frage. Schoko, Snorfer, Gummibärchen, Schokolade oder Chips? Sag. Gummibärchen, Schokolade oder Chips? Äh, Schokolade, Dicker. Schokolade. Natürlich, Alter. Am besten ist gemischt alle drei. Dicker, ey, ist es Fettsack, wenn ich ins Kino gehe, Popcorn und Nachos kaufe? Süß und salzig, Dicker. Muss bei mir sein. Also Nachos und salzig. Ist Multi-Fettsack, aber ich mache immer süß und salziges Popcorn gemischt. Ist geil. Okay, krass. Eine miese, fette Cola Light und Popcorn süß-salzig, dann habe ich nicht so ein ganz schlechtes Gewissen. Okay. Ist mies-Fettsack. Süß-Popcorn und salzige Nachos? Nee, ich nehme ein salziges Nachos immer, ja? Ja, ist mies-Fettsack. Alter, ist richtig-Fettsack. Geil, Dicker. Und dann so M&Ms noch so eine kleine Packung, Alter, noch so. Popcorn mit M&Ms? Boah! Sagt er, Dennis Wolf ist Nummer eins. Ja, Dennis Wolf ist gut, aber Dennis Wolf ist ja nicht, ist ja, ist ja noch nicht Mr. Olympia, hat er nicht Mr. Olympia geschafft, leider. Aber Dennis Wolf ist aus Deutschland, wenn du aus deutscher Sicht guckst, natürlich Dennis Wolf, endkrass. Ich habe mal mit Dennis Wolf geschrieben, der hat mir zurückgeschrieben, ich habe mich so tot gefreut. Wie bist du auf deinen Namen Flair gekommen, fragt Marlon, Marlon fragt, wie bist du auf deinen Namen gekommen, Flair, einfach so, beim Taggen, konnte man geil taggen. Hattest du mir überlegt, generell deinen Namen mal zu wechseln, jetzt warum ich heiße? Ja, ein Dings, L.A. Cool Flair. Nein, nein, generell, jetzt ohne Spaß. Nein, ich habe so einen krassen Namen, ich habe den besten Rappernamen, Flair. Flair, Mann. Der muss einfach Playboy sein. Flair. Bushido, der Weg des Kriegers. Egal, ich heiße Flair, Mann, was habe ich für einen krassen Namen, Alter. Das ist ein guter Name. Ja, danke. Nice Flair, Mann. Nice Flair, Mann. Bas, Sultan, Hengst, der beste Rappername der Welt. Ist einfach so. Er kann froh sein, dass wir schon älter sind, ich hätte ihn abgezogen, Schuhe. So krasser Name, was du denkst, ja. Bas, auch krass gut erklärt, ne, immer. Bas, 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 für die italienische Seite. Krass. Das ist nochmal echt gut erklärt, Alter. Meinung zu Gino Casino. Dufte. Ich mag den auch, der ist cool. Der ist cool. Ist okay. Wow, Leute, was war das für ein Video. Geisteskrank. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst ein Abo da, drückt auf die Benachrichtigungsglocke und den ganzen YouTube Quatsch, den man so heutzutage macht. Also, ich freue mich. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ich muss los. Haut rein.